Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, der Patrick. Und ich möchte mit euch heute sprechen über die neuen Dinge, die wir tun im deutschen Bereich. Und es sind drei Dinge hauptsächlich, aber das Wichtigste für mich heute ist eigentlich das Bewusstseinscafé. Und das ist ein Kreis. Und ich denke für viele von euch ist es sehr klar, dass die wirkliche Veränderung, die liegt im Bewusstsein. Die liegt daran, dass wir aus dem alten Matrix 3D Drama aussteigen und uns wirklich durchs Herz, durch einen Punkt in die höhere Energie begeben, in die fünfte Dimension und natürlich höher. So, das Bewusstseinscafé ist dafür da, dass wir einmal im Monat uns treffen können. Ist noch auf Zoom. Wir sind auch nicht in Deutschland, sondern in Peru. Aber ihr könnt euren Kaffee haben und wir auch oder euren Tee oder was immer ihr trinken möchtet. Und wir können uns wirklich über Bewusstsein unterhalten. So, wir haben eine ganze Theorie, kann man sagen, über die Bewusstseinsarchitektur, die verschiedene Konzepte beinhaltet. Einmal geht es um die Kunst. Wie in der Architektur, es geht um Kunst. Und Kunst geht darum, dass der Mensch sich ausdrückt in einer kreativen Weise. So, in unserem Bewusstseinscafé, in dem Kreis, können wir über all diese Dinge sprechen. Aber natürlich, in der Bewusstseinsarchitektur ist die Kunst nicht nur der Ausdruck des Menschen, sondern der Ausdruck des Herzens, der Ausdruck der Seele und auch der Ausdruck des Universums oder der Quelle. Oder Gott, was immer für euch funktioniert. So, ein Teil von den Dingen, die wir hier besprechen und lernen. Und natürlich gibt es Musik, keine Angst, und wahrscheinlich dürft ihr auch ein bisschen singen. Und so, was sich unterscheidet hier, wir wirklich kommen in die Ganzheit der Kreativität, des künstlerischen Ausdrucks, wenn man das so nennen möchte. Durch den künstlerischen Ausdruck kommen wir auch in unseren Goldprint. Früher sprach man von dem Blueprint. Und dadurch, dass wir uns jetzt ja verändern, das heißt, der Körper verändert sich, die ganzen Teile von unserem Körper verändern sich. Wir kommen von dem Homo Sapien in den Homo Luminus, also den Menschen des Lichtes. Und so, um diese Veränderung wirklich voll zu erleben, ist es wichtig, dass wir uns in der Ganzheit erwecken und zusammenkommen. Statt den Techniken, den man in der Architektur hat, nehmen wir Schlüssel. Und ihr könnt euch darauf verlassen, die Schlüssel sind alle sehr interessant und aufregend und spannend. Und das letzte ist dann die Praxis. So, das Wort Praxis ist, glaube ich, ziemlich bekannt in Deutsch. Aber Praxis kommt vom Griechischen, aus der Philosophie und hat eigentlich damit zu tun, was man tut, was man verkörperlich verinnerlicht, wie man sich am Leben beteiligt, wie man ist, zur Veränderung, zur Transformation. So, in unserem Bewusstseinscafé, da schauen wir uns diese ganzen Dinge an. Und natürlich ganz wichtig, und da fangen wir mit Sicherheit an, weil da liegt der Anfang, dass wir wirklich alle aus dem Drama herauskommen. Dass wir aus diesem Kreis rauskommen, der uns eigentlich zurückhält und der uns immer wieder einschließt, statt dass uns loslässt. Und jetzt ist die richtige Zeit. So, leider, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, war es eigentlich nicht möglich, weil die Energie hat uns nicht wirklich die Chance gegeben, diese Art der Heilung zu erfahren, diese Art der Wahl zu erfahren, die wir jetzt alle haben, dass wir wirklich, wirklich aussteigen können. Nicht nur sagen, ja, das war alles blöd und ich trage meine Wunde herum und ich komme da nicht raus, sondern jetzt ist wirklich die Chance, dass wir auch rauskommen. So, das ist das Bewusstseinscafé. Die Daten und alles gebe ich euch noch bekannt. Wenn ihr gar nicht dabei seid, lasst uns wissen. Und wir schicken euch mehr Informationen, sodass ihr mit dabei sein könnt und mitspielen könnt im Bewusstseinscafé. So, für heute alles Liebe, freue mich schon, bald von euch zu hören und freue mich natürlich, euch an Bord zu haben für das Bewusstseinscafé, das so Ende Juni, Anfang Juli aufmacht. Super. Dann wünsche ich euch was von meinem Herzen zu eurem. Vielen Dank.